So, ich muss das echt mal ändern, das ist blöd, die ganze komische Scheiß da, die da angezeigt wird. Ja, willkommen zu einer neuen Runde Bejeweled Free. Und ja, wir machen mal Suche. Wir haben zwar die Diamanten hier, aber wir wollten ja weitermachen. Zeitbombe. Bomben, 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 N.S.A. Ja, ich rauche. So, das ist ja noch einfach. 14, 15 muss ich. 15, 15. Ja, ist schwierig hier. 15, 14. 15. 15, 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. muss ich mir einen runter holen. Ah, ah, ah. Na gut, der ist versaut. Oh, 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 der dampft schon. Läuft zum Dampfen, Alter. Ich dampf ja schon, ah, ah, ah. Hm, ich glaube, wir sind schon wieder fail. Ich hab gerade angefangen und dann fail ihn. Scheiße. Weiß. Warum hast du keinen... Warum machst du keinen weißen, Alter? Was geht? Weiß. Warum machst du keinen... Hab ich ein Glück, Alter. Zack. Oh, 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 oh. Richtig knapp, du. Auf jeden Fall. So. Ja, das ist... Oh, das ist sehr gut. Das ist noch besser. So. 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 wenig Qualm. Das ist... Wow. Ein Kelch. Gib mal her. Ich will was trinken. Gut. Machen wir mal das nächste. Ich muss aufpassen wie der Facecam und so. Weil... Wie in der Stunde und so. Ähm... Was ist das jetzt? Goldrausch. Ja, mit dem Goldrausch, das hatten wir ja schon. Das Thema. Kombiniere Steinungen. Umgebung. 1,30. Ich drücke mal OK. Klack. So. Mit meinem Kopf. Mit meinem Kopf. OK gedrückt. So. Schwierig. Weil ich nichts... Nicht so viel machen kann, auch als das. Das ist schon mal super. Ja. Das ist auch gut. Das auch. Das auch. Das auch. Hm. Das ist gut. Wenn es ein bisschen asynchron ist, es tut mir leid, dass ich... Ich kann das nicht immer so... ...hundertprozentig synchronisieren. Von der Facecam und... ...von dem anderen. Also vom Spiel. Das müsst ihr dann natürlich. So. Ich mach das so. Das einfach mach ich dann so. Das kommt dann so. So. Bevor wir das nächste machen, jetzt mal was trinken. Da muss ich aber... So. So. Keiner sehen. So. Zumindest was ich hier trinke. Hm hm. Wär keine Werbung mehr. So. Ach, ihr Falter. Genau. Was muss ich jetzt an Falter machen? Ach 50. Guck mal rein. Ach so. Warte mal. Was ich noch machen muss. Sag los. Sag los. Sag los. Sagst du los? Yes. Braav. So. Aber es war doch ein bisschen leiser. So. Es war ja eigentlich schon okay, wie ich das beim anderen hatte. Und... Ah. Kann ich das nicht anders machen können? Das ist ja gut. Oh Alter, was ist das denn jetzt? Wenn ich... Wenn ich das da jetzt, ne? Das ist rot hier, ne? Wenn ich das da, ähm... So mache... Alter. Ein Superwürfel und ein Sternstein. Hatte ich sehr selten. Was mache ich da? Mache ich jetzt mal das? Also mal eine Doppelkombo. Und dann mache ich das so. Oh. Oh Alter. Vier mit einem Mal. Das ist ja super. 23. 50 habe ich halt. Ich glaube mal die Hälfte. Ah. Will ich schon hinkriegen. Irgendwie. Das ist ein Superwürfel. Das ist sehr schön. Freut mich. Wenn ich da das mache. Hä? Ach ja. Weil der Orangier hochgerutscht ist. Und... Ja. Haben mich schon gefragt. Hä, wieso? Ja. Ist zwar blöd, aber... Kann man nicht ändern. Oh, das ist schwierig. Oh. Glück. Zack. Yeah. Dreierkombo. Noch einer. Super. Hm. Was kann ich denn jetzt noch machen? Hier. Bam. Ich denke mal, dass ich auch eine Medaille... Medaille kriegen würde... Werde. Suche beendet. Synchron gesprochen, Alter. Synchron gesprochen. Nase juckt. Verdammt. Ja. Es ist immer, wenn ich mir Facecam aufnehme, man einjuckt die ganze Fresse. Das ist... Das ist auch krank. So. Ja. Ja. Alchemy 3. Ja. Machen wir das mal. Bilde, Kombination, damit Spaltenzahlen, ja. Ah, jetzt muss ich zwei Felder bilden. Damit das ein Gold wird. Das ist ein bisschen schwieriger. Weil man das ja mit zwei Feldern macht. Ist schon anspruchsvoller. Ich finde die Ränder am schwierigsten. Gerade oben. Ist nicht ganz einfach. Ist nicht ganz einfach. Aber ich hoffe ich kriege das hin. 15 Züge. Hm. So. Das war sinnlos. Aber schon gut. Ah. Irgendwann wenn er so wen die Felder hat, ja. Ist echt schwierig. Wohin muss hier nichts. Hm. Lippenkneist. Ach hier. So dann haben wir das schon mal. 5 Züge. Schwierig. Schwierig. Das ist das schon gelegt. Ja. Blink doch um dein Leben. Das ist doch. Ah. Zwei Züge. Werde ich nicht schaffen. Werde ich nicht schaffen. Ich sag ja es wird schwieriger. Wird immer schwieriger. Oh das ist sehr gut. So. 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 Aus stal Drückt Jetzt. Ah. So blöd. Na ja. Wir nehmen wir ihn daheim. Mach mal so. Ich muss ja auch überlegen. Das ist. weniger glücklich. Hm. So. 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 Vielleicht zwei rein. So. Genau. Haha. Hat er sehr viel gebracht. Hahaha. Oh mein Gott. Gut, das ist oben schon mal weg. So. Unten ist am schwieriger. Oh mein Gott. Jetzt brauche ich mich nur noch unten machen. Aber. So schwer. Ja toll. Wenn ich den jetzt wegkriege. Hm. Alter, leck mich. Schau. Schau. Kannste vergessen, Alter. Kannste vergessen. Kannste vergessen. Mamo. Was geht? Das ist so blöd. Kann man sich das trinken? So. 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 Das war schon gut. Das ist auch gut. So. 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 Ah, wo mach ich denn? So. Ich hoffe, dass ich irgendwo was wusste, hast. So. 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 von der Seite 10 Züge ah, jetzt muss er... jetzt muss er auf ok, jetzt muss er aber unten auf Alter werden schwieriger auf jeden Fall so, jetzt haben wir noch eine Lawine machen wir das doch mal ja, geht nicht mehr los, ich weiß ich zieh auch keine 1000 Mark rein oder Euro so 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 wieso muss so sehr gut bin ich hier noch ein 4er? ich brauche noch 4er ich muss doch gucken wo was da ist was da ist was da ist das ist ein Schieber aber den kann ich ja nicht machen wenn da was da ist was da ist was da ist was da ist ach so jetzt echt knapp echt knapp ja alter 105 alter 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 wegen 3 steinen ja wegen 3 steinen alter was geht manchmal manchmal ich könnte ich dem Spiel echt mal links und rechts eine watschen wie so ein ich ich alter das ist schon mal super so 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 aber ich rede heute nicht so viel ich weiß auch nicht warum ähm ja ich muss mich auch konzentrieren teilweise beim Minigames und bin ich bescheuert bin ich bescheuert ich hätte Dings machen können ich hätte gerade einen Flammenstein machen können ich bin bescheuert ja das Spiel werde ich auch verlieren glaube ich auf jeden Fall das werde ich sowas von verlieren glaube ich ich sag doch ich sag ja das wird schwieriger es ist krank einfach nur krank es soll ja auch schwerer werden es soll ja auch schwerer werden es soll ja auch vorne es soll ja auch vorne knack ähm das ist alles blöd hier na gut jetzt zwei mit einmal gemacht das ist schon mal gut Ah, kann trotzdem schwer werden. Nee, weil das ist auch schwer. Warum nicht 10? Das ist... Das ist nicht gerade einfach. Ah, Mann, ey, das ist doch krank hier. Man muss hier echt Glück haben. Das ist ein bisschen mit... Das ist viel mit Glück verbunden. Dein Vater. Manchmal kann ich mich aufregen, ist ehrlich. Gerade ob mein Handy blinkt und alles nicht beantworten müsste eigentlich, aber... Ich habe ja gesagt, dass ich ihn aufregen würde. Wieso kriege ich hier den Flammstein? Was soll denn das? Wie soll ich das denn schaffen? Was geht? Ja, natürlich... Wieso das denn... Ja, gut. Das ist schon mal etwas. Aber trotzdem ist das doch krank, ey. Oh, ich hätte... Wenn man hier nicht alles richtig macht, weil dann ist man so gearscht. Hier ist man einfach so am Arsch, wenn man das nicht alles richtig macht. BAM! Oh, na, endlich... Meine Fresse. So. Nein, ich mache jetzt nicht weiter, ich mache... Alter, Eissturm, Alter. Ich habe schon so viel gemacht, warte mal. Ah. Mann, ich habe schon so viele Fails gemacht. Ich will jetzt noch mehr Fails haben, aber... Ja, was soll's. Ich muss mich hier nur ein bisschen beeilen.